Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Monat, nämlich dem September 2020. Herzlich willkommen beim Monatshoroskop für den Aszendenten wieder. Bevor ich loslege, zwei wichtige Ankündigungen. Zum einen, wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, dann bitte klick unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Zum zweiten möchte ich dich einladen im Monat September zum, naja, zum Sommerschlussverkauf, wenn du so möchtest, auf dem Sommermarkt. Auch dazu findest du einen Link unterhalb dieses Videos. Und auf diesem Sommermarkt im Sommerschlussverkauf gibt es verschiedene vedische Horoskope zu Aktionspreisen. Gut, dabei möchte ich es erstmal belassen. Mehr Infos findest du in der Videobeschreibung und dort kannst du dir das ja näher anschauen. Und jetzt starten wir mit dem Mars. Der Mars steht bei dir im Aszendenten. Der Aszendent, das bist du, das ist dein Körper, das ist dein Lebensweg. Und der Mars steht für deine Handlungen, steht für Aktionen, steht für deinen Mut, für deine Durchsetzungskraft. Und so investierst du deine Energie in diesem Monat entweder in deinen Körper, also dann auch in deine Gesundheit natürlich. Wahrscheinlich in Form von Sport, denn der Mars steht für Sport. Oder du hast Ziele, die deine Lebensausrichtung, deinen Lebensweg betreffen. Und diese kannst du nun besonders gut umsetzen. Du bist jetzt natürlich auch etwas mehr, ich sag mal, kämpferisch im positiven Sinne unterwegs. Du hast mehr Mut, du kannst dich mehr durchsetzen. Ja, gehst vielleicht bestimmte gesunde Risiken ein und traust dich mehr, dir deinen Lebensweg zu gestalten. Oder investierst auch aufgrund deiner Disziplin, deines Fokus in deine Gesundheit und in deinen Körper. Vor allen Dingen auch durch Sport. Dann sehe ich bei dir im dritten Haus, dort haben wir den Mondknoten Rahu. Das ist auch ein längeres Thema. Das wird dich noch eine ganze, ganze Weile begleiten. Und der Rahu im dritten Haus bringt ein Stück weit Unsicherheit und einen gewissen Stress mit den Bereichen des dritten Hauses. Er möchte dich aber auch anregen, dass du hier experimentierst, dass du dich ausprobierst, dass du dich mit verschiedenen privaten Interessen auseinandersetzt, dass du vielleicht an deiner Kommunikation noch arbeitest, an deiner Rhetorik. Ja, es kann auch Kurzreisen in die Fremde anzeigen. Rahu steht für das Ausland, das dritte Haus für Kurzreisen. Es kann auch einen gewissen Stress anzeigen mit jüngeren Geschwistern oder mit Menschen, die wie Brüder für dich sind. Mit Rahu in drei möchtest du auf alle Fälle jetzt verschiedene Dinge ausprobieren und hier verschiedenes austesten. Denn du hast ja in diesem Haus auch das Zeichen Zwillinge und das hat ja auch ähnliche Eigenschaften wie das dritte Haus. Dann komme ich zu der Venus. Die Venus befindet sich die, ja ein paar Tage oder die erste Woche in etwa im September noch im Zeichen Krebs, aber die meiste Zeit des Monats ist sie im Löwen und damit bei dir im fünften Haus. Die Venus steht für alles, was Freude bereitet. Sie steht für die Hingabe, sie steht für Beziehungen. Das fünfte Haus steht für Kinder, also eine bessere Beziehung jetzt mit Kindern oder deinen Kindern geht es besser. Sie erfahren eine gewisse Freude. Das fünfte Haus steht aber auch für spirituelle Praktiken. Das heißt, du kannst dich jetzt mit Hingabe auch spirituellen Praktiken widmen. Und das fünfte Haus steht auch für deine Talente. Die Venus steht für Tanz. Also wenn du tanzen möchtest oder du tanzt schon, dann ist das jetzt eine gute Zeit, um hier kreativ zu sein, um das auszuleben, um Freude zu haben, indem du deinen Talenten nachgehst und dich ihnen widmest. Das fünfte Haus steht ebenfalls für Investitionen. In was wirst du jetzt investieren? Ja, entweder in ein Auto. Die Venus steht auch für ein Auto. In Reisen oder in etwas, was Freude macht. Ja, in einen gewissen Luxus. Die Venus repräsentiert ja die Annehmlichkeiten dieser Welt. Im sechsten Haus haben wir dann bei dir die Sonne. Die ist fast den ganzen Monat über dort, beziehungsweise genauer gesagt die ersten zwei Drittel im September, bevor sie dann in die Waage wandert. Die Sonne steht für deine Inspirationen, für deine Eingebungen in diesem Monat. Welche Bereiche betrifft das? Das betrifft die Themen, die mit dem sechsten Haus zu tun haben. Beim sechsten Haus geht es zum einen um deine Gesundheit, aber auch um deine tägliche Arbeit, wie du Verbesserungen in deinem Leben erzielen kannst. Es geht um deine Pflichten oder auch um das Thema Schulden. Und wenn du jetzt in diesen Bereichen Ideen hast oder Inspirationen hast, dann setze sie um. Des Weiteren hat die Sonne ähnliche Qualitäten wie das sechste Haus. Das sechste Haus steht für die tägliche Arbeit. Die Sonne steht für die Karriere. Also ist es jetzt besonders gut, Ideen, die mit dem Beruf oder mit der Arbeit zu tun haben, in den ersten zwei Dritteln des Monats September umzusetzen. Das sechste Haus ist jedoch auch das Haus der Verzögerungen. Die Sonne steht für Autoritäten wie einen Vater, einen Chef oder eben Regierungsstellen. Und hier im Kontakt, im Umgang mit Autoritäten oder Regierungsstellen kann es auch zu gewissen Herausforderungen kommen. Im siebten Haus haben wir bei dir fast den ganzen Monat den Merkur. Er ist zwar die erste Zeit noch etwas im sechsten Haus mit der Sonne, doch die meiste Zeit befindet er sich im siebten Haus. Das siebte Haus und der Merkur haben Ähnlichkeiten, inwiefern beide stehen für die Selbstständigkeit. Also an alle, die selbstständig tätig sind, das ist ein guter Monat, um dich zu zeigen, nach außen aufzutreten, Werbung zu machen, Marketing zu machen, zu kommunizieren. Denn wenn du dich nicht zeigst, dann wird auch niemand wissen, was du anzubieten hast. Der Merkur steht aber auch für Fairness, für Rechtschaffenheit und das siebte Haus steht für die Partnerschaft, für die Beziehung, für den Partner oder die Partnerin. Und so ist es auch eine gute Zeit, um hier fair miteinander umzugehen oder um auch bestimmte Themen klären zu können. Denn der Merkur repräsentiert ja ebenfalls die Kommunikation. Und das siebte Haus steht für Reisen, der Merkur steht für Kurzreisen, also auch ein guter Monat für dich, um zumindest Kurzreisen zu unternehmen. Das wird ja noch einmal unterstützt durch den Rahu im dritten Haus bei dir. Und so gehe ich weiter und sehe im neunten Haus den Mondknoten Keto. Auch das ist etwas längeres, ein längeres Thema, so wie der Rahu auch. Der Keto und das neunte Haus haben ebenfalls Ähnlichkeiten. Beide haben mit Spiritualität, mit Glauben, mit Weisheit zu tun. Und so kannst du dich jetzt auch intensiver Themen widmen, die mit Glauben zu tun haben oder mit einer bestimmten Lebensphilosophie. Oder du widmest dich einer Weisheitslehre, wie zum Beispiel auch der Astrologie. Denn der Keto ist auch der Planet, der ein Talent für die Astrologie, Astronomie und Mathematik gibt. Und das neunte Haus steht auch für Lernen, für Wissenserwerb, Weisheitserwerb, höheres Wissen zu erwerben. Also wenn du schon mal überlegt haben solltest, die Astrologie zu erlernen, ist es für dich eine gute Zeit mit dem Keto im Haus 9. Im zehnten Haus haben wir bei dir die beiden großen Lehrer, zum einen den Jupiter, zum anderen den Saturn. Und beim Jupiter ist es so, weil beide sind die erste Hälfte im September rückläufig. Das bedeutet, Themen des zehnten Hauses, ich sage dir gleich, für was das zehnte Haus steht, die schon einmal da waren, die sich schon zeigten und noch nicht komplett abgearbeitet sind, sind in der ersten Hälfte vom September hier noch aktuell. Mitte September in etwa wird der Jupiter dann aber direktläufig. Der Saturn wird auch direktläufig, aber ganz, ganz am Ende vom September. Also ist Saturn sogar fast den ganzen Monat rückläufig im zehnten Haus. Aber was wollen die beiden großen Lehrer dir beibringen? Um welche Bereiche geht es? Auch das ist jetzt kein Thema nur für diesen Monat gewesen, sondern es hat dich im letzten Monat auch begleitet. Und im zehnten Haus geht es um deine Karriere, geht es um dein Ansehen, geht es um deinen Status, geht es um deinen Beruf. Hier sind also Themen noch offen. Hier gibt es noch etwas anzuschauen, hier gibt es noch etwas zu klären oder etwas zu lernen. Und der Jupiter, wie bringt Jupiter uns etwas bei mehr durch Motivation, Inspiration und Begeisterung? Und wie macht Saturn das? Wie lehrt Saturn uns etwas mehr durch die Bereiche, die uns meistens nicht so gefallen, indem wir eingeengt werden, indem Verzögerungen kommen, indem es nicht so rund läuft? Also wirst du ein Stück weit auch Verzögerungen erfahren zum Thema Beruf und das ist auch jetzt ein Thema bis Ende des Jahres in etwa. Die Verzögerungen, die sich jetzt aber noch im September zeigen, das ist etwas, was schon vorher da war. Gleichzeitig möchtest du in diesem Bereich aber auch expandieren, das ist der Jupiter. Du willst beruflich oder bezüglich deines Status oder Ansehens wachsen, expandieren oder etwas dazulernen. Das sind Jupiters Themen oder zumindest etwas tun, was dich mehr erfüllt, was für dich mehr Sinn macht oder wodurch du mehr deine Ideale und Werte ausleben kannst. Gut, jetzt sind wir am Ende deines Monatshoroskops angekommen. Ich möchte dich noch einmal einladen, den Sommermarkt zu besuchen. Dort kannst du ein wedisches Horoskop deiner Wahl, welches auch immer dich interessieren mag, zu Aktionspreisen erwerben, solange dieser Sommermarkt geöffnet hat und das findet nur jetzt im September statt. Mehr Informationen dazu findest du unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, habe einen fantastischen Monat!